Was macht derjenige da draußen? Ich hab gedacht, dass der Zitter ist bereit. Bleib ganz ruhig. Der gehört zu mir. Du hast doch die Kombination. Wieso müssen wir dieses Zeug eigentlich loswerden? Mit diesem Behälter befindet sich reines Oredium 3DX. Das Oredium in den falschen Händen könnte den gesamten Planeten zahlen. Weg von dem Behälter! Wie ist das denn jetzt? Ich hab gedacht, der gehört zu dir. Das tut er auch. Weg von dem Behälter! Aber sofort! Gute, das kontinuierert die Idee. Jetzt gehörst du mir! Kampi, Gel. Gute! Ja, das war's. Mein Name ist Mantis. Tut mir leid, wie es überlässst, aber das gehört mir. Nee, 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 nee! Correct Kraft Passageboden und Mercury Outboard Motors Präsentiert Jim Thorne, A2O, Mission Mantis! Spatioes! Spatioes! Spatioas! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin meine Ruhe, Pond. Ja, mein Problem, das Origium 3DX wurde gestohlen, zwar von ihr als bester Sarah. Das kann nicht sein. Sie ist doch vor vier Jahren entführt und getötet worden. Das dachten wir auch, aber sie lebt hinter. Es wurden DNA-Spuren von Sarah Pond auf dem Origins. Das dachten wir, Pond. Hier, sie ist die Mastro, die sie macht. Das ist ein Riesmann. Ja, wir haben noch Kameras angebaut. Hier ist unser Wölkchen. Und überall ist auch Unterwasser. Und immer zu fotografieren. So ist das. Jetzt mach ich hier noch mal eine Fotopaufnahme. Das ist die Mastro, die wir haben. Und das ist die Mastro. Und das ist die Mastro. Das ist die Mastro. Und das ist die Mastro. Ja, ganz weiter locker. Ja, ganz weiter locker. Nehmt die Haare raus, das sind so süß zu den Schluck. Kommt, legt sich hinten ein Zimmer und vorne auslösen den großen Zeh. Verwenden Sie es nicht mit dem Kleid, der katapultiert sich auf den Schirn raus. Das merken Sie dann, wenn Sie die Lüge liegen. So, hier ist er rüber. Was machst du denn da hinten? Was sitzt du da oben? Merkst du nichts? Du bist in der Faltenboot, da rüber musste. Bring den mal rüber. Hier musste ich. Geh los, hau das Tür auf. Lass die Socken falten. Geh los, hau das. Lass die Socken falten. Geh los, hau das. Geh los, hau das. Geh los! Geh los! Geh los! Geh los! Applaus Ihr seid da? Musik Überprüfe die Schwachstellen des Gegners Ich überprüfe die Schwachstellen des Gegners Lass den los Nein Lass den los Du willst das doch nicht wirklich tun, Jim Doch Dann mach schon Schließ Keine Schwachstellen Was? Ihr Gegner hat keine Schwachstellen Keine Schwachstellen Schließ doch War immer, Mama Ich schließ Oh, du schwarze Mann Ich werde lachen Schwarze Sie sehen traurig aus Mr. Tom Nicht traurig Verärgert Was? 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 Schnell Schnell Wack Was? Nein ām Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020